Ja, wie Sie sehen richtig, wir besinnen uns in Groven, ein Ortsteil von Ölsteroff. Hier vorne steht der Autostäger Buschmann, auch als Zugleiter mit ca. 50 Aktive, wie hier. Hier war jemand, ja, es sind auch Gruppen, auch eine Interessensgemeinschaft, der Orts-Dorf-Gemeinschaft. Wo sie sich hier gefunden haben, die Aktien, auch umgekauft und aus. Hier haben wir die Groven-Stimm-Stimm-Stimm-Stimm. Hier haben wir ein Leben mit ihrem Pirat, das von einem Rasen, ja, geschoben wird. Hier ist auch eine Interessensgemeinschaft. Hier haben wir im Moment keine Aktien-Karnevalisten, wo wir auf den Karten am Freude haben. Was machen wir, was machen wir, was machen wir. Und hier ist auch noch so, wie sie sich die Karten machen. Ja, kein Langerzug, aber nochmal, guck mal, was einfach für die Augenweite, was man hier sehen kann. Auch hier in Proven. Und ich denke, die Leute, auch noch am heutigen Tag, zwar mit Freude, doch noch nachhaltig die Rutschung, hier und hier öfters gleich zu bringen und zu zeigen. Wir haben wir, was machen wir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020